Was ist mit den Mitglied des Netzwerks der Schwab-Stiftung? Unterstützung in Form von Beratungshilfe oder anderen Dienstleistungen zu erhalten. Wir hören von Bewerbern, dass sie den Auswahlprozess sehr schätzen, da es ihnen die Möglichkeit gibt, über ihre eigene Organisation noch einmal zu reflektieren. Wir präsentieren die Finalisten und den Gewinner einer hochkarätigen Jury, die dadurch mehr über ihre Arbeit erfährt. Und sie werden bei einer Preisverleihung vorgestellt, die ihnen signifikante Medienpräsenz einbringt und wo sie als Gewinner in Deutschland herausgestellt werden und ebenfalls dann zu World Economic Forum Events eingeladen werden. Darunter ist auch das Jahrestreffen in Davos sowie die regionalen Treffen in Europa und einzelne Schwab-Stiftungstreffen, wo sie die anderen Social Entrepreneure aus der Region kennenlernen können. Vielen Dank! Vielen Dank.